Glaubensinformation Herzlich Willkommen hier zur Glaubensinformation aus Wuppertal. Wir schreiben heute den 21. August im Jahr des Herrn 2024. Ich freue mich, dass Sie sich nach den Sommerferien wieder live dazugeschaltet haben. Die neue Saison fängt an. Ein neues Programm der Glaubensinformation nimmt seinen Beginn. Heute soll es um den Johannesprolog gehen. Üblicherweise starte ich ja die Saison immer mit einem Ausflug in die Glaubensverkenntnisse, etwa das große Glaubensverkenntnis. Letztes Jahr haben wir uns das apostolische Glaubensverkenntnis angeschaut. Und auch der Beginn des Johannes-Evangeliums, der sogenannte Johannesprolog, kann im weitesten Sinn durchaus als Glaubensverkenntnis aufgefasst werden. Dazu aber später mehr. Zu Beginn wieder die üblichen Formalia, die hier wichtig sind. Die Glaubensinformation findet ja etwa alle zwei Wochen statt. Wir versuchen immer wieder, einen Wechsel zwischen bibeltheologischen und systematisch-theologischen Themen hinzubekommen. Die Saison startet. Das Programm für diese Saison steht fest. Aber Sie können mir natürlich Ihre Wünsche schicken für Themen, die wir dann vielleicht in die nächste Saison hineinnehmen. Dasselbe gilt auch für Feedback zu den Sendungen, die wir hier haben, für Anregungen und auch für theologische Fragen allgemeiner Natur. Bitte nutzen Sie dazu die E-Mail-Adresse info-at-katholische-citykirche-wuppertal.de info-at-katholische-citykirche-wuppertal.de Dort können Sie mich direkt und unmittelbar erreichen. Ich verspreche, jede Mail zu beantworten. Manchmal kann die Antwort etwas dauern, wenn das Mailaufkommen gerade etwas hoch ist. Jetzt am Beginn der Saison dürfte das noch relativ günstig sein. Aber wer weiß, was da so passiert. Also, wenn Sie Ideen haben, Nachfragen, Feedback zu den Sendungen, bitte schreiben Sie mir an info-at-katholische-citykirche-wuppertal.de Hier in dieses Webinar können Sie sich live dazuschalten. Wenn Sie am 21. August 2024 so gegen 19 Uhr live dabei sind, dann nutzen Sie bitte die Mail-Adresse, die URL www.kck42.de Dann sind Sie hier live dabei. Ich freue mich aber auch, wenn Sie bei Facebook zuschauen. Da streamen wir ja live hin. Kurz nach den Live-Übertragungen veröffentlichen wir dann die Aufzeichnungen, entweder als Video bei YouTube in unserem YouTube-Channel Cut-City-Kirche-Wuppertal. Da gibt es auch eine eigene Playlist mit den Glaubensinformationen, wo Sie alle Glaubensinformationen finden, die wir live übertragen haben. Zu dieser Playlist kommen Sie übrigens auch, wenn Sie diesen QR-Code hier einscannen, dann sind Sie direkt dort. Möglicherweise hören Sie sich aber auch die Audioaufzeichnungen hier des Webinars an, das wir als Podcast veröffentlichen. Den Podcast-Feed finden Sie unter podcast.pr-werner-kleine.de Dort können Sie sich den RSS-Feed kopieren. Sie können die Folgen da aber auch anhören und herunterladen. Aber über den RSS-Feed können Sie in einem Podcatcher Ihrer Wahl die Glaubensinformationen auch direkt abonnieren, sodass Sie jeweils die aktuellen Folgen frisch eingespielt bekommen. Finden Sie aber auch in den meisten Podcasts schon, wenn Sie einfach nach Glaubensinformationen suchen. Wie auch immer, wann auch immer, wo auch immer Sie uns zuschauen, seien Sie mir herzlich gegrüßt. Und weil es hier guter Brauch ist, nicht nur das christliche Datum zu sagen, den 21. August 2024 im Jahr des Herrn. Wir schreiben heute nach jüdischem Kalender, den 17. Arf im Jahr 5684, glaube ich, seit Erschaffung der Welt. Starten wir ins Thema. Der Johannes-Prolog ist ein hochinteressanter Text, der in einer verdichteten Weise das Johannes-Evangelium, wenn man so will, nicht nur auf den Punkt bringt, sondern auch die wichtigsten Leitgedanken, die Leitthemen des Johannes-Evangeliums ja schon präsentiert und gewissermaßen als thematischen, semantischen Ankerpunkt nimmt, die dann über den Lauf des Johannes-Evangeliums immer wieder aufgegriffen werden und entfaltet werden. Im besten Sinn des Wortes könnte man den Johannes-Prolog deshalb auch mit einer Overtüre vergleichen, die ja in einer Oper auch schon die wichtigsten Motive präsentiert und in einer gewissen Weise den Inhalt der Oper musikalisch verdichtet. Ähnlich geht auch der Johannes-Prolog vor, der in einer extrem verdichteten Weise die wichtigsten Leitlinien auf den Punkt bringt und damit letzten Endes auch die Charakteristik des Johannes-Evangeliums trifft. Ein paar Worte zum Johannes-Evangelium vorweg. Wir haben im Neuen Testament insgesamt vier Evangelien, wie man auch die vier kanonischen Evangelien nennt. Drei Evangelien davon, Matthäus, Markus und Lukas, werden als synoptische Evangelisten bezeichnet, oder Evangelien bezeichnet, weil man diese drei Evangelien wie in einer Tabelle nebeneinander schreiben kann, sodass man sehen kann, welche Parallelen haben sie, welche Gemeinsamkeiten, wo geschieden, möglicherweise sogar bordwörtliche Übernahmen, wo aber weichen diese Evangelien auch voneinander ab. Das heißt, es gibt eine große literarische Abhängigkeit der drei sogenannten synoptischen Evangelien untereinander. Den Johannes können wir in dieses Schema so nicht einbringen. Er verweigert sich diesem synoptischen Zugriff. Wichtige Themen, wichtige Erzählungen präsentiert auch er. Man denke an die Blindenheilung, die aber sehr, sehr entfaltet ist. Die Speisung der 5000. Aber er weicht an entscheidenden Stellen auch immer wieder stark vom Erzählduktus der Synoptiker ab. Das merkt man schon alleine daran, dass das öffentliche Wirken Jesu nach den synoptischen Evangelien etwa ein Jahr betragen hat, während er nach dem Johannes-Evangelium drei Jahre öffentlich gewirkt hat. Nach den synoptischen Evangelien war das letzte Abendmahl ein Pessachmal, ein Pessachseder, sodass Jesus am Passchafest gekreuzigt wird, während nach dem Johannes-Evangelium Jesus am Kreuz stirbt in der Stunde, in der am Tempel, im Tempel die Passchale immer erst geschlachtet werden. Pessach wäre also einen Tag später. Man bekommt die Chronologie von Johannes nicht mit der der Synoptiker harmonisiert. Das verweigert sich. Es geht nicht. Deshalb muss man sich, wenn man nach der originären Chronologie der Ereignisse fragt, entscheiden, folgt man eher der johannäischen Chronologie oder folgt man eher der synoptischen Chronologie. Da kann man lang und breit drüber exegetisch streiten. Ich folge der Mehrheitsmeinung der Exegese und sage, was die Chronologie angeht, den chronologischen Verlauf der Ereignisse, sind die Synoptiker wahrscheinlich näher an den historischen Ereignissen als Johannes. Damit weiche ich, wie die Mehrheit der Exegeten, unter anderem von Papst Benedikt ab, der in seinen Jesusbüchern der johannäischen Chronologie den Vorzug gibt, aber im Vorwort sagt, diese Bücher beanspruchen nicht die Lehrautorität des Lehrprimates des Papstes, sondern man darf natürlich davon abweichen. Davon mache ich dreizügig Gebrauch. Man muss trotzdem natürlich dann erklären, warum macht Johannes das? Umgekehrt, wenn man der johannäischen Chronologie folgt, muss man sagen, warum würden die Synoptiker abweichen? Nach meinem Dafürhalten ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Autor des Johannes-Evangeliums, zu dem später ein paar Worte, die synoptischen Evangelien gekannt hat. Wenigstens eines. Ich vermute oder ich gehe davon aus, dass er sogar die drei synoptischen Evangelien gekannt hat und jetzt nicht ein viertes dazu schreiben wollte, sondern das, was wir in den synoptischen Evangelien entfaltet finden, theologisch noch einmal anders durchdringt. Das hat zum Beispiel Auswirkungen auf die Abendmahlsberichterstattung, die ja in den synoptischen Evangelien sehr geprägt ist von dem Einsetzungsbericht. Der fehlt im Johannes-Evangelium vollends. Die Abendmahlszene im Johannes-Evangelium ist sehr dominiert von zwei großen, theologisch sehr durchdachten und durchdringenden Abschiedsreden Jesu, die geradezu meditiv in einem Testament wie ein Fanal da stehen. Und wir finden im Johannes-Evangelium die sehr eindrückliche Szene der Fußwaschung, die wir nicht in den synoptischen Evangelien haben. Wir finden aber eben nicht den klassischen Einsetzungsbericht. Dieses Zusammenhang mit dem Pessachfest, der ja in den synoptischen Evangelien herausgestellt wird, ist aber eben dem Johannes-Evangelium auch nicht fremd, wenn er Jesus in der Stunde sterben lässt, in der im Tempel die Pessach-Dämer geschlachtet wurden. Nach meinem Dafürhalten liefert Johannes, wenn man so will, einen Kommentar, eine theologische Expertise, eine Art Midrasch, so könnte man sagen, um einen jüdischen Terminus zu bemühen, ab, der zu dem, das, was in den synoptischen Evangelien dargestellt wird, mehr erzählerisch dargestellt wird, noch einmal theologisch durchdringt. Nehmen wir zum Beispiel den Impetus der Arm als Berichterstattung, nämlich die Identifikation der Materie Brot und Wein mit Leib und Blut Christi, die für uns Katholiken und auch für die orthodoxen Christen ja essentiell ist, bis heute auch die Eucharistiefeier prägt, das Verständnis der Eucharistiefeier prägt, dass in dem gewandelten Brot, im konsekrierten Brot und im konsekrierten Wein Jesus selbst leibhaftig gegenwärtig ist. Eine Szene, die scheinbar, und ich betone scheinbar, im Johannes-Evangelium fehlt. Aber schauen Sie mal in die große Brotrede des sechsten Kapitels des Johannes-Evangeliums. Zufälligerweise wurde die gerade jüngst im Sonntagsevangelium verkündet. Da hören wir, wie Jesus doch sehr krass und deutlich sagt, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Nur weil ich gleich nochmal darauf zu sprechen komme, eine wichtige Unterscheidung. Wenn die Griechen von Körperlichkeit sprechen, dann kennen sie dafür zwei Begriffe. Der eine Begriff ist Soma. Den kennen wir zum Beispiel im Terminus Psychosomatik. Da taucht er drin auf, weil die Psyche, die Seele, eben auch Auswirkungen auf das leibliche Befinden hat. Soma bezeichnet aber erstmal Leiblichkeit in einem sehr allgemeinen Zustand. Natürlich haben wir einen irdischen Leib, der Körper, in dem wir leben. Aber Soma könnte auch einen immateriellen Leib, einen pneumatischen Leib bezeichnen. Weshalb der Auferstehungsleib, der eben keine materielle Struktur mehr kennt, wie wir sie ja auf der Erde haben, durchaus auch Leib, Soma ist, aber eine andere Form der Leiblichkeit hat. Die Bibel spricht an dieser Stelle häufig eben von einem pneumatischen Leib, einem geistlichen Leib, wie auch immer der dann in der Ewigkeit aussehen wird. Also wir haben den Begriff Soma. Und interessanterweise finden wir diesen Begriff eben in der Abendmahlsberichterstattung. Da wird verwendet, wenn da Jesus sagt, das ist mein Leib, dann finden wir dort den Begriff Soma. Der zweite Begriff, der für Körperlichkeit stehen könnte, ist im Griechischen das Wort Sarx. Sarx ist im Unterschied zum Begriff Soma sehr materialistisch. Es bedeutet Fleisch. Das, was Sie beim Metzger um die Ecke in der Auslage liegen sehen, das ist Sarx. Was Sie sich auf den Grill legen, das ist Sarx. Und wenn Sie sich in den Finger schneiden, dann haben Sie in Ihr Sarx geschnitten. Sarx ist materialistisch durch und durch. Dieser Leib hier, dieser irdische Soma ist ein sarkischer Soma. Ein sarkisches Soma, ein fleischlicher Leib. Das Bemerkenswerte ist, dass die Synoptiker in ihrer Abendmahlsberichterstattung von Soma reden. Das ist mein Leib, ohne dass festgelegt worden wäre, ob es ein geistlicher Leib oder ein fleischlicher Leib ist. Es ist jedenfalls eine Form, in der Jesus sich präsentiert, in der er gegenwärtig ist. Wenn wir hier in die große Brotrede bei Johannes schauen, wenn er dort zum Beispiel, er wiederholt das übrigens öfter, wenn er im Vers 51 des 6. Kapitels sagt, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot isst mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Dann steht da tatsächlich Sargs. Dieser geistliche Johannes, der vergeistigt die Themen der Synoptiker noch einmal theologisch durchdringt, wird hier plötzlich auf eine Weise krass konkret, die keinen Zweifel mehr daran lässt, dass das nicht nur bloß ein Symbol ist, sondern dass Jesus in diesem Brot sarkisch geradezu leibhaftig gegenwärtig ist. Und das stört die Juden. Im Johannes-Evangelium geht das dann weiter im 6. Kapitel Vers 52. Und damit Sie das lesen können, blende ich Ihnen den Text mal ein. Da muss ich mal kurz, weil ich ja schon was anderes vorbereitet hatte, mal eben rüberblenden. Also wir gehen mal ins 6. Kapitel Vers 51, war der Vers, den ich Ihnen gerade vorgetragen hatte. Ich blende Ihnen den Text jetzt mal ein. und bitte um etwas Verzeihung, weil Zoom, die Software, mit der ich hier arbeite, ein neues Update hat. Da muss ich mich so ein bisschen mit zurechtfinden noch einmal. Hier sind wir in Vers 51. Da haben wir, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Lebigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Das hatten wir gerade. Und jetzt geht das weiter. Da stritten sich die Juden und sagten, wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sagte zu ihnen Amen, Amen. Ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise und mein Blut ist wahrhaft ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Man kann also sagen, das wird wie ein, ja quasi mit einem Hammer, immer wieder betont. Es wird redundant wiederholt. Es wird immer wieder betont. Hier geht es tatsächlich nicht nur um irgendwie eine wie auch immer geartete metaphorische Symbolik. Es ist eine Konkretion, die in ihrer Krassheit nicht zu überbieten ist. Das haben die Synoptiker in den Abendmahlsberichten, dieses Identifikatorische. Und Johannes, der in diesem Sinne keinen Abendmahlsbericht, keinen Einsetzungsbericht, Entschuldigung, keinen Einsetzungsbericht in seinem Evangelium hat, bringt dieselbe Thematik krass überhöht und gleichzeitig darin vertieft in der großen Brotrede. Das ist Johannes. Er nimmt die Themen aus den Synoptikern auf und durchdringt sie noch einmal theologisch in einer Tiefe, die nicht zu überbieten ist und die speziell im Fall der Frage der Realpräsenz, die ja hier in Deutschland innerökumenisch durchaus umstritten ist. Lutheraner sind dem katholischen Denken durchaus nah, Reformierte hingegen ganz weit fern. Hier tatsächlich eher als Argument für die katholische Lesart präsentiert, weil Jesus selbst hier eine sehr materiale Konkretion im Johannes-Evangelium vornimmt. Fun Fact am Rande. Ich führe hier in Wuppertal. In einigen Wochen wird die katholische Citykirche in Wuppertal ihr 20-jähriges Jubiläum feiern. Am 11.09.2004 sind wir gestartet. Im Jahr 2005 habe ich mit den mystagogischen Kirchenführungen begonnen. Ich habe damals gedacht, das wird so ein Projekt sein, das machst du zwei Jahre, dann haben wir das gesehen. Auch die mystagogische Kirchenführung läuft nach wie vor weiter. Und in der mystagogischen Kirchenführung gibt es einen Moment, wo ich am Altar stehe und den Altar als solches erkläre mit den Fünfweilkreuzen. Da komme ich unter anderem auch da drauf zu sprechen. Denn Jesus selber kommt ja auf das Himmelsbrot des alten Bundes zu sprechen. Wenn wir in den Vers 58 schauen, ich blende Ihnen den Text nochmal ein, dann können Sie das gerne selber mitlesen. Hier in Vers 58 bringt Jesus ja selbst diesen Hinweis. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Brot, das die Väter gegessen haben. Sie sind gestorben. Wer aber dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Diese Worte sprach Jesus, als er in der Synagoge von Kafana umlehrte. Da kommt Jesus auf das Himmelsbrot des alten Bundes zu sprechen. Das ist das Mannerwunder. Und das Manner spielt bei der Kirchenführung eine Rolle, weil ich Manner zum Verkosten gebe. Und dann erzähle ich immer als Überstich, bevor wir zum Tabernakel gehen, dass Jesus selbst ja diese Rede vom Himmelsbrot des alten Bundes aufnimmt und sich selbst dann als Himmelsbrot des neuen Bundes identifiziert. Und dann zitiere ich nicht selten diese Stelle. Und evangelische Christinnen und Christen sind dann oft irritiert, was mich verwundert, weil die ja eigentlich Bibelfester sind. als viele Katholiken. Sie kennen diese Stelle nicht. Weil da an dieser Stelle, das scheint vielleicht das evangelische Befinden ein wenig zu verstören, weil die Identifikation der materiellen Dimension, ja der fleischlichen Dimension, weil Johannes natürlich viel krasser ist als in den synoptischen Evangelien. Das ist Johannes. Auf der anderen Seite präsentiert er dann beispielsweise im Zusammenhang mit dem Atmarsbericht eben seine Fußwaschungsszene, die diesen dienenden Charakter erfolgt. Eine Szene, die wir in den Synoptikern nicht finden. Und so könnte ich das jetzt durch viele Erzählungen im Johannes-Evangelium durchdringen. Nehmen wir zum Beispiel noch, um ein Beispiel herauszunehmen, die Blindenheilung. Die wird in den synoptischen Evangelien allein schon viermal erzählt. Die Heilung eines Blinden. Bei Matthäus sind das auch schon mal zwei Blinde. Vor Jericho in einem der Evangelien wird der Blinde mit einem Namen, mit Bartimaeus versehen. Wenn eine solche Erzählung oft erzählt wird und wie gesagt in drei Evangelien, in den drei synoptischen Evangelien ein schon viermal, dann spricht viel dafür, dass die einen historischen Kern hat. Ist kein Beweis, aber ein Indiz. Im Johannes-Evangelium finden wir dann eine breit entfaltete, reflektierende Erzählung über die Heilung eines blind geborenen Jungen, der über viele Versen geht. Die Heilungserzählung des Blinden in den synoptischen Evangelien sind kurz. Im Johannes-Evangelium wird über viele Verse die Frage der Blindheit reflektiert, des Sehendwerdens reflektiert. Der Blindgeborene wird zunehmend sehen, weil er schon während seiner existenten Blindheit die Wahrheit Jesu erkennt, trotz der Blindheit, während die Gegner Jesu, die optisch sehen können, zunehmend verstocken und erblinden. Eine wunderbare Erzählung mit einer gegenläufigen Erzählrichtung. Auch da kann man sehen, Johannes durchdringt eine Erzählung, die wir auch in den synoptischen Evangelien finden, noch einmal theologisch auf einem ganz anderen Niveau und bringt damit eine Lehrerzählung zustande. Das macht eben die Frage dann so interessant, wie beginnt eigentlich Johannes sein Evangelium? Das Markus-Evangelium beginnt ja relativ unspektakulär, einfach mit dem Hinweis Evangelium Jesu Christi und dann wird die Taufe im Jordan erzählt. Es gibt keine Weihnachtserzählung, Jesus betritt als Erwachsener das Geschehen der Weltgeschichte. Das war wahrscheinlich schon relativ unbefriedigend, weswegen wir im Johannes, im, Quatsch, im Lukas beziehungsweise im Matthäus-Evangelium dann die Weihnachtserzählungen finden, die aber bis auf einige wenige Aspekte nicht übereinander zu passen sind. Was bei beiden Weihnachtserzählungen passt ist, er deckt den Nazareth auf, er wird in Bethlehem geboren, seine Mutter hieß Maria und ein Mann namens Josef spielt eine gewisse Rolle. Aber während im Lukas-Evangelium Maria und Josef schon in Nazareth wohnen und jetzt nach Bethlehem kommen müssen, ist im Matthäus-Evangelium die Erzählrichtung genau umgekehrt. Die wohnen immer schon in Bethlehem und müssen irgendwie nach Nazareth kommen. Johannes hat keine Weihnachtserzählungen. Auch das Johannes-Evangelium beginnt, was das öffentliche Birken Jesu angeht, mit dem Erwachsenen Jesus, nämlich mit dem Zeugnis Johannes des Täufers und das Erste, was dann letzten Endes erzählt wird, ist dann auch die Taufe Jesu und dann sammelt er seine Jünger um sich. Dann kommt die Hochzeit zu Kanao und relativ früh wird dort schon die Tempel, sogenannte Tempelreinigung, die Tempelaktion Jesu erzählt, die historisch wahrscheinlich der eigentliche Impetus war, warum man Jesus hart werden will und ihn ans Kreuz schlagen lässt. Das hat Johannes gewusst, weshalb er das an den Anfang stellt. Die Erzählung ist alles andere als unwichtig. Während die Chronologie der Synoptiker wahrscheinlich historischer ist, zeigt sich im Wissen des Johannes aber enorm viel Detailwissen über Topografie und Begebenheiten im Judäa der Zeit Jesu. Der hat eine große Kenntnis davon, weswegen es nicht unwahrscheinlich ist, dass er die Orte als solches durchaus kennt. Die synoptischen Evangelien entstehen nach 70 nach Christus, ein wichtiges Datum, die Zerstörung des Tempels. Wir haben heute den 17. Vor acht Tagen war der 9. Auf jüdisch Tisha B'Av ist ein wichtiger jüdischer Feiertag, ist nämlich der Jahrestag der Zerstörung des Tempels. Das geschah im Jahr 70 nach Christus, hat sich also gerade vor einigen Tagen gejährt. Und das Markus-Evangelium scheint schon auf die Zerstörung Jerusalems beziehungsweise des Tempels zurückzublicken. Deswegen kann man davon ausgehen, dass das Markus-Evangelium so Anfang der 70er Jahre geschrieben worden ist. Matthäus und Lukas scheinen Markus gekannt zu haben, das Markus-Evangelium mit dem Text gekannt zu haben, weil sie viele Dinge nahezu wörtlich übernehmen und dann weiterverarbeiten. Die sind vielleicht so zehn Jahre später entstanden. Für das Johannes-Evangelium kann man eine Abfassungszeit um 100 nach Christus annehmen. Der Autor wird oft mit dem Apostel Johannes identifiziert, das ist allerdings unwahrscheinlich. Es taucht im Evangelium immer wieder eine Figur auf, der Jünger, den Jesus liebte, der wird oft mit dem Apostel Johannes identifiziert, traditionell, wenn man so will. Dass dieser Mensch aber auch der Autor ist, ist unwahrscheinlich. Wir finden aber am Schluss des Johannes-Evangeliums eine bemerkenswerte Notiz, die blende ich Ihnen mal ein. Ich hoffe, dass ich es hier so schnell finde. Ich habe mir leider die Stelle nicht selber notiert. Aber hier haben wir den sogenannten zweiten Schluss des Johannes-Evangeliums. Da heißt es, dies ist der Jünger, der alles das bezeugt, der es aufgeschrieben hat und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es gibt aber noch vieles andere, was hier es getan hat, wenn man alles aufschreiben wollte, so könnte, wie ich glaube, die ganze Welt die dann geschriebenen Bücher nicht fassen. Diese Notiz im Vers 24 des 21. Kapitels, dies ist der Jünger, der das alles bezeugt und der es aufgeschrieben hat und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist, bezieht sich auf den Satz vorher, auf die Verse vorher. Da wird über das Schicksal des Lieblingsjüngers, also der Jünger, den Jesus liebte, sagen wir mal, resoniert und dann sagt Jesus hier in Vers 22, Jesus sagte zu ihnen, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht das dich an, du folge mir nach. Da verbreitet sich unter den Jüngern die Meinung, jener Jünger stirbt nicht, doch Jesus hatte ihm nicht gesagt, er stirbt nicht, sondern wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht das dich an. So und daraus resultiert man jetzt, weil dieses Evangelium, das Evangelium ist Johannes genannt wird, obwohl der Name erst viel später dazu kommt, dass es sich bei diesem Jünger mitverweist auf Vers 24 dann im Evangelium um den Apostel Johannes handeln soll. Das ist in einer gewissen Weise unwahrscheinlich, weil er schon sehr hoch betagt war. Was aber nicht unwahrscheinlich ist, ist, dass der Apostel Johannes vielleicht jemandem von seinen Erlebnissen erzählt hat und der verarbeitet das hier. Denn dies ist der Jünger, der das alles bezeugt und der es aufgeschrieben hat und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Könnte eben auch sein, dass jemand sich auf diesen Johannes beruft und wir es hier mit einem Mitglied der johannäischen Schule haben, aus dem johannäischen Jüngerkreis, wenn man so will, des Apostels, darauf rekurriert. Viel Spekulation, eine Möglichkeit, die ich Ihnen hier präsentieren will. Das ist das Johannes-Evangelium und erstaunlich ist eben, wie beginnt es? Es beginnt nicht unvermittelt wie Markus, es beginnt nicht mit einem weihnachtlichen Text wie Matthäus und Lukas, sondern es beginnt ja mit einem Hymnus, einem großartigen Lobgesang und diesen Hymnus möchte ich Ihnen am Anfang einmal in Gänze präsentieren und vortragen und dazu blende ich Ihnen, damit Sie natürlich wieder mitlesen können, den Text hier ein. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne es wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Ein Mann trat auf, von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seine nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater voll Gnade und Wahrheit. Johannes legt Zeugnis für ihn ab und ruft, dieser war es, über den ich gesagt habe, er, der nach mir kommt, ist mir voraus, weil er vor mir war. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade über Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Niemand hat Gott je gesehen, der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Soweit erst einmal die Worte des Johannes-Prologs in seiner Gänze. Wir werden uns den Text jetzt sukzessive erschließen und etwas in Einzelschritten etwas anschauen. Aber ich möchte ein Wort vorweg schicken, denn Sie merken schon vielleicht in meinem Vortrag dieses Textes, wie sich hier tatsächlich Theologie verdichtet. Und wenn Sie sich mal die Mühe oder für mich wäre es auch eine Freude machen, sich das Johannes-Evangelium als Ganzes durchzulesen, dann werden Sie merken, dass wesentliche Begriffe, die hier genannt werden, die hier eingeführt werden, um die der Prolog ja in einer gewissen Weise auch kreist, tatsächlich rote Linien sind, die hier einen Ausgangspunkt nehmen. Das Wort. Im Deutschen eine schwache Übersetzung. Man kann es im Deutschen aber nicht abbilden. Im Griechischen finden wir dort Logos. Logos. Logisch kommt daher. Das Verstand. Erkenntnis. Das Wort. Logos ist viel weiter, als das deutsche Wort Wort es wiedergeben könnte. Aber der Logos, das ist ein Thema, das auch immer wieder im Johannes-Evangelium kommen wird. Die Wahrheit. Alleteia. Pilatus wird im Johannes-Prozess fragen, was ist Wahrheit? Jesus wird von sich sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Suche nach der Wahrheit und die Offenbarung der Wahrheit in Jesus Christus, ein wesentliches Thema im Johannes-Evangelium. Das Licht. Jesus sagt von sich, ich bin das Licht der Welt. In der Heilung, der Erzählung des Blinden wird Licht eine wesentliche Rolle spielen, weil das innere Licht der Erkenntnis, das Licht der Erkenntnis Erkenntnis durch die Augen bei weitem übertrifft. Fleisch. Mein Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Hatten wir gerade schon in der großen Brotjede des Johannes. Und so können Sie sehen, wie hier ganz zentrale Begriffe, die im Johannes-Evangelium immer wieder eine Rolle spielen, aufgegriffen werden. Auf ein besonderes Thema möchte ich Sie jetzt direkt am Anfang noch aufmerksam machen, weil ich das gerade noch bewusst nicht angesprochen habe. Was aber angesprochen werden muss, wenn man über das Johannes-Evangelium spricht. Denn das Johannes-Evangelium hat nicht, weil es der Autor so wollte, aber in der Kirchengeschichte eine nicht ganz rühmliche Entwicklung durchgemacht, weil der Autor des Johannes-Evangeliums gewisse anti-judaistische Tendenzen aufweist. Er spricht oft von den Juden, sehr verallgemeinert als den Gegnern Jesu. Und dann haben wir zum Beispiel hier in Vers 17 des ersten Kapitels, also am Schluss des Johannes-Prologs, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Das hört sich an wie eine Überbietung, das hört sich sogar fast an wie eine Außerkraftsetzung. Mose hat das Gesetz gegeben, gut und schön, war wichtig, aber jetzt kommen die Gnade und Wahrheit durch Jesus Christus. Um das nochmal einzuordnen, woher der johannäische Anti-Judaismus kommt. Wir leben, sind ungefähr um das Jahr 100. Ein großer Konflikt der frühen Kirche war innerkirchlich ohnehin schon. Das Verhältnis zwischen Heidenchristen und Judenchristen, es gab schon zu paulinischen Zeiten den großen Streit, muss man, um Christ werden zu können, vorher beschnitten werden, also Teil des jüdischen Volkes werden, oder gibt es eine Taufe ohne Beschneidung? Diese Frage wurde auf dem berühmten Apostelkonzil geklärt, ja, Taufe ohne Beschneidung geht, Heide ist man ja, wenn man ein Nicht-Jude ist, ich bin so gesehen ein Heide, die allermeisten von Ihnen wahrscheinlich auch, aber das Beschreiben der frühen Kirche oder der frühen Christenkirche, ist eigentlich schon der falsche Begriff hier, war eben Teil des Volkes Israel zu werden. Die Heiden, die Völker sollten Teil des Volkes Israel werden. Das war innerkirchlich schon, innerhalb des Christentums, der frühen Christenheit schon massivst umschritten, umso mehr umstritten war es natürlich mit im Verhältnis zu den Juden, die sich nicht zu Christus bekannten. Es gab in den ersten 100 Jahren, auch wenn wir von der frühen Kirche sprechen, eigentlich keine Kirche als eigenständige Einheit. Die frühen Christen wurden als Juden wahrgenommen. Wenn man in außerchristliche Schriften hineinguckt, ob das Tacitus ist, Plinius der Jüngere und so weiter, die sprechen immer von jüdischer Sekte oder von Juden. So wurden die Christen wahrgenommen und das wollten sie eigentlich auch sein. Um das Jahr 100 konstituiert sich aber das Judentum nach der Zerstörung des Tempels neu. Legendarisch wird er von einer Synode von Jaffne berichtet, man weiß nicht, ob die historisch war. Was verbirgt ist, dass in Jaffne, heute Jaffa, im Süden Tel Avivs gelegen, sich Pharisäer treffen, die, ja, der Talmud wird daraus mal hervorgehen und so weiter, im Endeffekt das rabbinische Judentum entwickeln, das wir heute kennen, das Judentum in einer Zeit präsentiert, lebendig hält, wo der Tempel nicht existiert. Das ist bis heute so. Und genau in dieser Zeit entwickeln sich Judentum und Christentum wechselseitig auseinander, mit wechselseitigen Verurteilungen. Man tritt damit in eine intellektuelle Gegnerschaft. Wir haben jüdische Schriften aus dieser Zeit, die wir teilweise in den Talmudim finden, wo die frühe Christenheit verballhornt wird, die tolle dort Jeschuh etwa aus dem 5. 6. Jahrhundert, wo man über die Christen herzieht. Wir finden im christlichen Bereich anti-judaistische Schriften, unter anderem auch bei Johannes Chrysostomus. Nicht zuletzt eben teilweise auch bei Johannes, der ja als Zeitgenosse des ersten Höhepunktes dieses Konfliktes zwischen diesen beiden Gruppierungen, den Christen auf der einen Seite, den Juden auf der anderen Seite, aus christlicher Perspektive schreibt. Und da sind natürlich immer die Juden, diejenigen, die nicht dazugehören. Man muss das wissen, das ist eine Parteischrift. Und man muss das in der Bearbeitung des Johannes-Evangeliums berücksichtigen, dass man daraus keine allgemeingültigen Schüsse zieht. Hier schreibt jemand, ein Zeitgenosse, im Angesicht eines massiven Konfliktes über seine intellektuellen Gegner. Aus der anderen Richtung würde man das übrigens genauso sehen, nur die Schriften stehen natürlich nicht in unserer heidigen Schrift und unserer Bibel drin. Stellen Sie sich eine Bundestagsrede vor zwischen Herbert Wehner und Franz Josef Strauß. Der eine ist Jude, der andere ist ein christlicher Autor. Dann haben Sie ungefähr das Feeling, um das es geht. Trotzdem sind beide nachher ein Bier trinken gegangen. Das heißt, wir müssen das unter dieser Prämisse lesen. Kirchengeschichtlich ist das furchtbar ausgewertet worden. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das nur der Einordnung, weil wir es gerade auch im Johannesprolog finden. Aber jetzt zum Johannesprolog selber gehen wir ihn einmal schrittweise durch. Vielleicht so ein bisschen in Abschnitte gegliedert. Denn Sie haben beim Vorlesen vielleicht schon gemerkt, dass da selbst in der deutschen Sprache eine gewisse Rhythmik drin ist. Das ist eine hymnische Verdichtung dessen, was Johannes in seinem Evangelium entfalten wird. Deswegen auch der Begriff Overtüre. Eigentlich muss man ihn vielleicht sogar mal gesungen haben. Es ist ein Gedicht im wahrsten Sinn des Wortes Theologie auf den Punkt gebracht. Lesen wir die ersten Verse. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne es wurde nichts, was geworden ist. Wie gesagt, da wo wir im Deutschen den Terminus Wort haben, den Begriff Wort, finden wir im griechischen Original Logos. Wort ist keine falsche Übersetzung, aber es ist eine mögliche Übersetzung, aber es gäbe eben andere, die Wahrheit, die Vernunft, die Erkenntnis, all das wäre möglich. Logos kann man im Deutschen nicht einfach mit einem Wort eins zu eins wiedergeben. Dass wir hier in unseren Übersetzungen den Begriff Wort haben, in der Lutherbibel übrigens auch, macht Sinn, führt aber, wie ich gerade jüngst wieder erleben durfte, manchmal zu merkwürdigen Blüten. Denn wir leben ja in einer Zeit, wo Sprachempfinden manchmal so auf die Spitze getrieben wird, dass man den Eindruck hat, wo wollen sie denn hin. Einer der beliebtesten Kalendersprüche der Gegenwart, und ich schon es sind nicht mehr als Kalendersprüche ist, Sprache schafft Wirklichkeit. Dahinter ist natürlich dann gerade in den modernen Zeiten, wo man natürlich versucht, auch alle Bevölkerungsgruppen, alle Geschlechtigkeiten, Diversitäten sprachlich zu berücksichtigen, immer der Gedanke man, wir müssen nur richtig reden, dann wird die Welt anders werden. Das ist bei J.K. Rowling so, in Hogwarts. Zauberer machen das. Zauberer können durch Sprache wirklich Geschlechtigkeiten verändern. Das ist Magie. Wir schaffen das mit unserer Sprache aber nicht, weil wir einen Denkfehler machen. Denn als Gott die Welt erschaffen hat, schafft er durch sein Wort, das steckt auch hier im Johannesprolog drin, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott, dieses war im Anfang bei Gott, alles ist durch das Wort geworden und ohne es wurde nichts, was geworden ist. Aber der Evangelist betont ja direkt am Anfang, dass das Wort am Anfang war und es bei Gott war und das Wort Gott war. Gott kann durch das Wort schaffen. Und das lesen wir am Beginn der Heiligen Schrift im Buch Genesis, wie Gott durch sein reines Wort, durch den reinen Logos die Welt hervorbringt. Gott kann das. Wir Menschen bekommen die Sprache und was sollen wir mit der Sprache machen? Im Garten Eden benennt der Mensch die Dinge, die um ihn herum sind. Er schafft sie nicht, er benennt sie. Das ist ein qualitativer Unterschied höchster Güte. Vorige Tage erhielt ich nämlich genau diesen Spruch als Argument hat so ein bisschen dagegen argumentiert, dass man eben Worte keine Wirklichkeit entschaffen. Dann sagte einer meiner Mitdiskutanten aber es ist doch durch das Wort geworden. Ja das stimmt, wenn Gott das macht. Gott schafft durch das Wort. Wir Menschen benennen die Dinge, um sie zu ordnen. Denn unsere menschliche Sprache unterscheidet sich vom göttlichen Wort manifest dadurch, dass unsere Sprache nie exakt ist. Wir können hundertprozentig exakt beschreiben. Wir können ihn umschreiben. Wir können ihn so definieren, dass wir einen Konsens in der Verständigung erzielen. Aber wir werden es nie schaffen, eine Sprache zu finden, die vollständig Wirklichkeit beschreibt. Schon gar nicht Wirklichkeit schafft. Das heißt, unserer Sprache ist immer eine vorgängige Erfahrung da. Ein Beispiel. Wenn wir die ältere Generation fragen würden, was verbirgt sich hinter dem Begriff Ärzteschaft, dann ist in der älteren Generation in der Imagination im Kopf vielleicht eine sehr stark männlich dominierte Belegschaft worden. In der jüngeren Generation ist das aber höchst wahrscheinlich schon anders, weil wir doch in unseren Krankenhäusern und auch bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten schon eine ganze Reihe von Ärztinnen haben. Das heißt, nicht der Begriff schafft das. Und das ist ja beim Begriff Arzt das Faszinierende, dass wir Arzt gar nicht gendern können. Arztin gibt es nicht. Es gäbe die Ärztin, aber in Ärztin verschwindet der Arzt. Trotzdem wird ja niemand auf die Idee kommen, zu sagen, die Männer sind jetzt als Ärzte verschwunden. Der Plural Ärzte hat ja am Anfang schon das Äh, das in der femininen Form Ärztin drin ist. Warum reite ich darauf so herum? Eigentlich ist mir das völlig egal, weil wir wissen müssen, es geht um medizinisches Fachpersonal. Und faktisch ist es als Patient völlig egal, in der Regel jedenfalls, ob eine Frau oder ein Mann mich jetzt therapiert. Ich weiß, dass manchmal natürlich da auch bestimmte Vorlieben sind, dass man sich lieber jetzt nicht das Thema. Es geht um die Qualifikation, die dahinter steckt. Und schaffen wir durch Wirklichkeiten Worte oder sortieren unsere Worte nicht vorgängige Erfahrungen und Begegnungen, die wir haben? Menschliche Sprache funktioniert anders als das göttliche Wort. Das betont der Johannes hier. Das Wort, durch das alles wird, ist Gott. Es ist göttliches Wort. Die Sprache, die wir Menschen in aller Unvollkommenheit relativ gut benutzen und mit der wir uns ziemlich gut verständigen können, sortiert vorgängige Wirklichkeit und das Sprachverständnis, die Bedeutung, da steckt ja Deutung drin, wir müssen die Worte ja deuten, die Bedeutung, die wir Worten geben, ist extrem abhängig von der Vorerfahrung, die wir jeweils gemacht haben und die wird sich mit Sicherheit manifest unterscheiden zwischen jüngeren und älteren Generationen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Ob sich das aber rein durch Worte verändern lässt, ist die große Frage. Wenn ich etwa von der Belegschaft eines Kindergartens spreche, dann werden ältere Generationen mit Sicherheit nur Frauen im Kopf haben, selbst wenn ich sagen würde, die Mitarbeiter eines Kindergartens wird die ältere Generation mit Sicherheit nur Frauen im Kopf haben, weil das die Erfahrung ist, nicht das Maskulinum macht das Bild, sondern die vorgängige Erfahrung, während jüngere Generationen, die ja auch schon Männer im Kindergarten erlebt haben, als Erzieher, da schon ein ganz anderes Bild im Kopf haben. Das ist interessant, wie ein Text, der 1900 Jahre ist, hier durchaus eine Antwort auf gegenwärtige Fragestellungen und Probleme bringt, was hier nur deutlich wird, diese Sache, alles ist durch das Wort geworden, Worte schaffen Wirklichkeiten, ist eben nicht argumentativ verwertbar, weil vorher ja definiert ist, was ist das Wort, das Wort war am Anfang, der göttliche Logos ist vorgängig, er war immer schon bei Gott, scheint also etwas von Gott getrenntes zu sein, was nicht mit Gott hundertprozentig identisch ist und doch identisch ist. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Eine wichtige Unterscheidung, die gleich im Vers 14 nochmal hervorgebracht wird. Dann geht es quasi in einer Art zweiter Strophe hier im Johannes Prolog weiter. In ihm, also dem Wort, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Hier werden zwei weitere wichtige Begriffe in dem Johannes Evangelium eine Rolle spielen verwendet. Nehmen wir zuerst den Begriff in ihm war Leben. Der Logos ist nicht tot, könnte man gemein. Wenn wir heute in unserer Sprache etwas wenden, wir müssen das mal logisch durchdenken, dann entsteht da so ein eher abstraktes, vielleicht eher unlebendiges Gefühl. Das wird hier konterkariert. Der Logos, von dem hier die Rede ist, der ist nicht abstrakt, der ist lebendig. In ihm war Leben. Und wenn wir später im Johannes Evangelium lesen werden, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann haben sie da wieder genau einen Punkt oder im Kapitel 10 Vers 10, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben und damit sie das Leben in Fülle haben. Das ist übrigens ein ganz spezifischer Auftrag. Ich lese gerade das Buch von Jan Lofeld, Nichts fehlt, wenn Gott fehlt. Kann ich Ihnen nur ans Herz legen, eine hervorragende Beschreibung der gegenwärtigen Fragen, die sich uns als Kirche eigentlich stellen sollten. Denn Pastoraltheologie kreist ja mal darum, die Kundschaft in die Kirche zu kriegen. Da wird Kirchenmarketing betrieben, funktioniert vorne und hinten nicht, fast alle Projekte zum Scheitern verurteilt, weil die zentrale Frage, wozu ist die Kirche eigentlich da, nicht gestellt wird. Die Kirche ist ja die Marke, sondern die Kirche ist die Methoden, das Evangelium in die Welt zu tragen. Das wollen aber viele auch gar nicht mehr hören, weil etwas Entscheidendes nämlich passiert, das Leben in Fülle haben viele Menschen auch so, ohne an Gott glauben zu können oder zu brauchen. Das muss man einfach so zur Kenntnis nehmen. Da kann ich mich als Christ dreimal hinstellen, du weißt gar nicht, dass was Wesentliches fehlt, da sagt mir mein Gegenüber, mir fehlt aber nichts. Und haufenweise Christen sind auch nicht zufrieden mit ihrem Leben, obwohl sie das Leben in Fülle durch Christus Jesus haben könnten, fehlt ihnen trotzdem etwas. Die Rechnung geht eben so einfach nicht auf. Wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben in Fülle haben, dann ist für uns Christen natürlich unzweifelhaft klar, dass er uns schickt. Aber wohin? Er schickt uns in die Welt, damit wir den schwachen, kranken, niedergestoßenen beistehen, damit auch sie ein Leben in Fülle haben. Ob mit oder ohne Jesus, verzeihen Sie mir, ist nicht sekundär in dem Sinne, es geht erstmal das Leben in Fülle und das wird hier schon das Licht der Menschen, die Menschen müssen erleuchtet werden, die ganze Gegenwart ist wieder durchdrungen von der Dunkelheit, wie es in Vers 5 heißt, das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und jetzt frage ich Sie, vor gut vier Jahren begann die Corona-Pandemie. In früheren Talkshows saß immer auch mal ein Bischof, eine Bischöfin evangelischerseits, Theologen, Moraltheologen waren oft als Experten gefragt. Spätestens seit der aus diesem Diskurs verabschiedet. Besser gesagt, sie ist verabschiedet worden. Die Virologen haben übernommen, die Mediziner, die Naturwissenschaften. Da bin ich gar nicht kleinreden, die haben einen wichtigen Beitrag zu leisten, aber wir merken, wie sich da etwas verschoben hat. Hat diese rein naturwissenschaftliche Betrachtung eines existenziellen Menschheitsproblems die Welt in sich besser gemacht? Sie hat wichtige Wege aufgezeigt. Aber wo waren die ethischen, die sozialen, die soziologischen Fragestellungen? Die Finsternis ist nicht wirklich hell geworden durch die naturwissenschaftliche Betrachtungsweise, die absolut wichtig war, weil sie entscheidende Hinweise gegeben hat, die Pandemie zu bewältigen. Die Kirchen haben, ich will nicht sagen, dass sie geschwiegen haben, vielleicht haben sie doch geschwiegen, aber sie waren erstaunlich leise. Wo waren wir denn, das Licht auf den Leuchter zu stellen? Waren wir wirklich ein Hoffnungslicht? Das ist die Frage. Hier wird ein Auftrag formuliert. Das Licht in die Welt zu tragen, heißt natürlich, das Evangelium von Jesus dem Christus zu verkündigen. natürlich heißt es das. Aber Jesu Werk und Wirken, wenn wir gerade auch in die synoptischen Evangelien schauen, dazu haben wir hier schon verschiedene Glaubensinformationen auch gehabt, geht ja im Wesentlichen auch um Ermächtigung. Beispiel, die zehn Aussätzigen, die Jesus heilt und sie schickt, zeigt euch den Priestern, die werden unterwegs gesund, nur einer kommt zurück, die neun anderen werden noch nicht krank geworden sein. Der Besessene von Gerasa möchte Jesus nachfangen, er wird zu seiner Familie geschickt. Was will ich damit in die Nachfolge Jesu? Nachfolge Jesu ist gut, aber nicht für jeden richtig. Was Jesus in seinem irdischen Leben tut, ist, er ermächtigt die Menschen ein Leben in Fülle führen zu können. Manchmal mit Jesus, manchmal an einem anderen Ort, zu dem sie bestimmt sind. Das ist das, was die Evangelien uns erzählen, nicht, was ich mir ausdenke. Dieses Licht in die Welt zu tragen, du kannst ein Leben in Fülle haben, ist der Auftrag, den wir als Kirche heute tun müssen. Tun wir das? Ja oder nein? Ich habe die Befürchtung, wir sind mit anderen Dingen beschäftigt. Wir wollen wie ein Verein Marketing betreiben, damit wir mehr Mitglieder haben. Wir setzen oft Quantität vor Qualität. Eine Veranstaltung war gut, wenn viele Menschen da waren. Ich las jetzt von einem Aperol Spritz Gottesdienst, wo 130 Leute da waren. Das wird als Erfolg gewertet. 130 waren da. Wenn es Getränke umsonst gibt, kriegen es auch noch mehr. Finde ich 130 fast weniger. Sagen Sie mal, wer heute zur Messe kommt, am kommenden Sonntag kriegt Freibier hinterher. Haben sie auch 500 Leute da. Aber die kommen wegen der Messe. Im Johannes Prolog wird ein entscheidender Punkt gesetzt. In ihm war das Leben und das Licht der Menschen und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Wir tragen diese Flamme der Erkenntnis, diese Flamme des Logos doch in uns als gläubige Christinnen und Christen und dieses Licht sollen wir in die Welt tragen, um die Menschen zu ermächtigen, ein Leben in Fülle zu haben. Manche mit Christus und wenn sie ohne Christus ein Leben in Fülle haben, da haben wir einen Auftrag erfüllt. Natürlich freuen wir uns, wenn die Menschen zu uns kommen. Weiß die Maus auch keinen Faden ab. Aber es geht um mehr als um das. Jetzt macht der Text einen bemerkenswerten Cut. Ein Mensch trat auf, von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Machen wir bis hierhin. Ich habe Ihnen gerade vorhin schon von einem wichtigen frühchristlichen Konflikt erzählt, der sich zwischen Heiden und Judenchristen abspielte. Es gibt im Umfeld der Evangelien aber einen zweiten Konflikt, den wir innerhalb der Evangelien nur als Echo wahrnehmen. Es ist der Konflikt zwischen den Jesusjüngern und den Jüngern Johannes des Teufers. Die Evangelien sind natürlich Tendenzschriften von Jesusjüngern und denen folgen wir. Aber es gab eben auch die mit der Jesusjüngerschaft konkurrierenden Johannesjünger. In den Evangelien wird immer dieses Spiel gespielt, Johannes erkennt Jesus als den wahren Messias an, er schickt seine Jünger zu ihm. Historisch ist das gar nicht so eindeutig gewesen. Wir haben Schriften aus dem 3. 4. Jahrhundert In unserer Heiligen Schrift stehen natürlich die Jesusperspektive drin. Es gibt aber außerchristliche Schriften, die ein anderes Licht von einer anderen Partei werfen. Die Johannesjünger gibt es bis heute. Die Mandäer, die im Nahen Osten leben. Zur Zeit Jesu bzw. zur Zeit der frühen Christen war das eine veritable Konkurrenz Gruppe. Und die Frage, die im Raum scheint, ist nicht weniger die, ist Jesus. Jetzt der Messias oder ist Johannes der Täufer der Messias? Aus der christlichen Sicht wird Johannes als der Vorläufer dargestellt, der auf Jesus verweist. Und das sehen wir auch hier in diesen Versen 6 bis 8. Da tritt eben ein Mensch auf, der von Gott gesandt wurde, der wird also mit hohem Respekt versehen. Sein Name war Johannes, der kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen. Johannes ist alles andere als unwichtig, aber er ist nicht der Messias. Er ist da gewesen, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Und jetzt wird betont, er war nicht selbst das Licht. Er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Das wird Johannes genau anders sehen. Aber wir haben es hier mit einer Schrift zu tun, die die Jesus Perspektive einnimmt, beziehungsweise die Perspektive eines Jesus Jüngers einnimmt und das natürlich komplett anders ein. Innerhalb eines Konfliktes, den wir heute nur als Echo wahrnehmen, der für uns heute keine Relevanz mehr hat, aber zur Zeit der Abfassung der Evangelien offenkundig äußerst bedeutsam gewesen sein muss. Hier wird also Johannes schon angetriggert. Der tritt gleich, wenn der Johannes Prolog vorbei ist, direkt auf, aber eine wichtige Figur wird ja eingeführt und gleichzeitig wird etwas ähnliches passiert in den synoptischen Evangelien, wenn Johannes seine Jünger zu Jesus schickt und ihn fragt, bist du der, auf den wir warten, da hat man einen ähnlichen Vorgang, wird Johannes hier gewürdigt, mit hohem Respekt versehen, das ist keine Figur, die irgendwie nur am Rande steht, sie ist bedeutsam, sie ist wichtig, aber er ist nicht der Messias. Was wird nämlich jetzt hier im Folgenden geklärt, das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet kam in die Welt. Da wird sehr deutlich gemacht, ein Bekenntnis gesetzt, Jesus ist der Logos, er ist das Licht, Johannes ist nur der Vorläufer. Wie gesagt, in der Johannes Jüngerschaft könnte sein, dass das genau anders gesehen wird. Ich zeige Ihnen mal hier eine Funktion, die Sie in der Software sehen können, ich blende die dafür mal ein, damit Sie die sehen können. Ich erwähne das ja häufig, dass ich hier sehr gerne mit der Software arbeite, Bible Server, in dem Bible Server können Sie verschiedene Übersetzungen vergleichen. Ich arbeite hier mit der Einheitsübersetzung, weil es unsere katholische Übersetzung ist, in den Liturgien gelesen wird. Ich blende Ihnen jetzt mal die Luther Übersetzung ein. Wir sind ja hier etwas weiter ich bei der alten Luther Übersetzung gesehen habe, wie die das auch hier nachbildet. Da ist hier in Vers 9, da waren wir, das wahre Leben, das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet kam, in der Welt. Und bei Luther heißt es, das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Das ist nicht dasselbe. Das merken Sie. Hier in der Einheitsübersetzung ist die Übersetzung das wahre Licht kam in die Welt. Und in der Luther Übersetzung bezieht sich das in die Welt kommen auf die Menschen die erleuchtet werden. Das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Das ist ein eklatanter Unterschied. Wie kann es zu dieser völlig anderen Übersetzung kommen? Es kommt dazu, weil wir im griechischen Text, ich versuche den Vers mal eben auf griechisch zu lesen, im griechischen Text heißt es Es geht um diesen Satz das ist eine Partizipialkonstruktion gekommen in diese Welt. Sie kann sich grammatisch tatsächlich auf die Menschen beziehen, sie kann aber auch sich auf das wahre Licht beziehen. Die Frage ist, was ist jetzt wahrscheinlicher? Von der Logik her bezieht es sich auf das Licht, weil das Licht eben in die Welt kommt, nicht auf die Menschen, die in die Welt kommen. Da könnte man diese Partizipialkonstruktion ja völlig weglassen. Und von daher muss man hier in meinen Augen Luther in allen Ehren der Luther Übersetzung den Vorteil zu geben. Und ich sehe gerade, wo ich darüber spreche, von Anneke Wolf, die sich live ins Webinar geschaltet hat. Noch mal der Hinweis, wenn sie live beim Webinar dabei sein sollen, dann können sie nämlich das tun, was Anneke Wolf gerade tut. Vielleicht eine Frage stellen über den Chat oder sich live einschalten. Anneke Wolf bemerkt hier schon vor einigen Minuten, ich finde es interessant, dass die Lutherbibel so übersetzt und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Begreifen ist ja etwas anderes als ergreifen. Das ist völlig richtig, ist im Endeffekt ein ähnlicher Vorgang. Es zeigt, dass man manche Übersetzungen durchaus anders machen kann. Ich will nicht sagen, dass Luther hier auch in Vers 9 falsch übersetzt. Es ist eine mögliche Übersetzung, weil dieses Archomenon tatsächlich als Partizipalkonstruktion in seiner Relation, in seiner Referenz sich sowohl auf die Menschen als auch das Licht beziehen kann. Wie gesagt, ich glaube, dass die Einheitsübersetzung hier logischer ist, will aber die Frage von Annika Wolf vor einigen Minuten nochmal eben aufgreifen. Da ging es ja um die Finsternis hat es nicht erfasst. Das war der Vers 5. Dann gucke ich mir auch nochmal gerne an. Und Sie sehen aber hier im Vergleich der Übersetzungen Vers 5 und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erpasst. Einheitsübersetzung und Vers 5 in der Luther-Übersetzung Anneke Wolf hat es schon zitiert und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Vers 5 heißt im Griechischen Kei Tofos Ente Skotia Feinei Kei He Skotia Auto U Kat Elaben Kat Elaben kam beides auf. Es ist ähnlich. Keine der Übersetzung ist falsch. Kat Elaben erfassen ergriffen Ich würde hier tendenziell auch wieder der Einheits Übersetzung den vorzugeben und zwar aus einer semantischen Überlegung. Es geht ja bei Luther geht es darum dass die Finsternis das Licht nicht ergreifen kann. Macht Sinn dass die Finsternis das Licht nicht überwältigen kann. Im Gegenteil das Licht erhält ja die Finsternis wobei ich habe das schon mal bei einer anderen Glaubensinformation gesagt es schon interessant ist dass das Licht selber schon geschöpflich ist. Das Licht wird ja von Gott in Buch Genesis erst gemacht und erhält dann die Finsternis das heißt der Urzustand ist die Finsternis aber das Licht hat eben die Macht die Finsternis zu vertreiben von daher macht die Luther Übersetzung durchaus Sinn aber keine Finsternis könnte Licht ergreifen es ist eher umgekehrt von daher würde ich auch hier rein von der Text Logik dem Erfassen den Vorzug geben auch wenn das jetzt wirklich scharf an Haarspalterei dran ist aber vielen Dank Anneke Wolf für diesen Hinweis der mir gerade in dem Moment auffällt wo ich ohnehin auf den Unterschied zwischen Luther Übersetzung und Einheitsübersetzung im Vers 9 zu sprechen kommen wollte ich empfehle ihnen wirklich dieses Tool den Bible Server weil sie sehen hier dass sie eine ganze Reihe von anderen Übersetzungen haben sie haben hier sogar andersprachige Übersetzungen in anderen Sprachen in Arabisch Tschechisch und so weiter das ist deshalb wichtig und wertvoll gerade wenn sie die biblischen Ursprachen nicht beherrschen kein Altgriechischen und kein Hebräisch lesen können dann kann man über solche bibelkritischen Vergleiche übersetzungskritischen Vergleiche so nennt man das durchaus schon mal auf die eine oder andere Fallstücke kommen weil man sich die Frage stellen muss warum übersetzt jetzt zum Beispiel Einheitsübersetzung so Luther so dann scheint dort tatsächlich eine Stelle zu sein die nicht so eindeutig zu übersetzen ist zu der man sich verhalten muss und in Vers 9 ist es tatsächlich so sind es jetzt die Menschen die in diese Welt kommen die erleuchtet werden oder ist es das Licht das in diese Welt kommt wie gesagt rein aus sprachlogischen Gründen würde ich hier der Einheitsübersetzung den Vorzug geben und wir hier die Rede davon haben dass hier das Licht in die Welt kommt ich blende Ihnen den Text ein damit wir gleich weiterlesen könnten Moment da war es das war jetzt falsch geklickt denn Martin Luther in allen Ehren aber ich würde doch jetzt bei der Einheitsübersetzung der Einfachheit halber bleiben also wir sind in Johannes 1 wir sehen es ist live und da sind wir wieder wir waren in Vers 9 kommt noch eine Anfrage rein ja das habe ich gelesen Anneke Wolff habe ich gerade nicht zitiert sie meinen die Übersetzung von 1912 die auch noch von begreifen spricht das scheint man in der Luther Übersetzung aber auch noch mal weiter gedacht zu haben auch da hat man sich von dem begreifen beabschiedet Kat Elaben als begreifen zu beschreiben die Vorsilbe Kata ist eher etwas ergreifen oder erfassen also begreifen wäre dann schon ein anderes Wort also da hat auch die revidierte Luther Übersetzung mittlerweile einen Fortschritt entsprechend gemacht aber danke nochmal für diesen Hinweis und für diese Konkretion wir lesen weiter im Text ich hoffe sie können ihn sehen also das wahre Licht das in die Menschen erleuchtet kam in die Welt er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden jetzt stellt sich schon die Frage wer ist er der Name Jesus kam ja noch überhaupt nicht vor einen ganzen Johannes Prolog kommt der Name Jesus nicht in diesem Sinn vor wir wissen also in dem Sinne gar nicht von wem ist hier die Rede es sei denn man ist schon ein Glaubender der dieses Vorwissen ja hat es geht eigentlich die ganze Zeit um den Logos der Logos der von Gott war der bei Gott war der Gott war hört sich fast schon an wie so ein prätrinitarisches Bekenntnis wenn man so will er ist nicht der Vater aber doch Gott und so weiter also da wird ja drüber spekuliert hier im Johannes Prolog dieser Logos kommt in die Welt und die Welt ist durch ihn geworden aber die Welt erkannt ihn nicht hört sich fast an wie ein bisschen im Glaubensbekenntnis wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus durch ihn ist alles erschaffen aber der Name Jesus wird hier gar nicht erwähnt interessant ist dass die Welt sich dem mitschöpferischen Wirken des Logos verdankt der Logos ist also nicht nur das Instrument mit dem Gott Wirklichkeit hervorbringt nein der Logos schafft mit aber die Welt erkannte ihn nicht er wird eben abgelehnt die Botschaft das Licht der Welt zu sein ist kein Selbstläufer wo die Massen strömen das hätten wir gerne wir hätten das gerne und wir unterstellen den Menschen noch permanent dass alle ja Suchende sind nein sind die nicht viele Menschen fragen sich diese Frage gar nicht lesen sie Jan Lofeld er bringt da entsprechende Statistiken ich stehe permanent draußen auf der Straße in Wuppertal mit unserer City Pass ich kann Ihnen sagen da gibt es tausend glückliche Menschen draußen die nie die Frage nach dem Sinn des Lebens gestellt haben vielleicht sind die gerade deshalb glücklich weil sich diese Frage nie gestellt haben wir behaupten dass immer dass alle Menschen suchend sind wir die Antwort auf die letzten Fragen haben müssen wir auch erstmal nachweisen die Welt erkennt ihn nicht sie lehnt ihn sage ich jetzt sogar ab das ist ja der Zustand den auch die zeitgenössischen Christen in dieser Johannes Prolog entsteht faktisch erleben nämlich der Logos kam in sein Eigentum aber die seinen Namen nicht auf allen aber die ihn aufnahmen gab er Macht Kinder Gottes zu werden allen die an seinen Namen glauben die nicht aus dem Blut nicht aus dem Willen des Fleisches sondern nicht aus dem Willen des Mannes sondern aus Gott geboren sind der Text verdichtet sich der Text nimmt an Tempo auf es wird ein neuer Begriff eingeführt wir haben den vorhin schon gehört aber innerhalb des Johannes Prologs ist der neu das Fleisch das Fleisch steht hier zuerst auch mal für leibliche Abstammung Kinder werden ja normalerweise geboren wenn eine Vereinigung von Mann und Frau stattgefunden hat das ist dieses Gezeugtsein aus dem Blut das Gezeugtsein aus dem Fleisch und in vielen Religionen spielt ja diese Abstammungslinie eine wichtige Rolle nur um es einfach zu halten jetzt im Judentum ist man nach halachischer Lesart Jude wenn die Mutter Jüdin ist wenn der Vater Jude ist nicht so einfach gibt es eine interessante Diskussion gerade auch innerhalb des Judentums faktisch aber ist nach halachischer Lesart des Judentums ist man Jude völlig ungefragt wenn die Mutter Jüdin ist dann ist man selbst Jude oder Jüdin im Muslim läuft das über die Vater Linie ist der Vater Muslim ist das Kind Tochter Sohn auch Muslim das wird quasi aus der Zeugung heraus geregelt bei Jesiden ist es ähnlich in vielen Religionen ist es so bei Drusen die Abstammung macht die Religionszugreifigkeit das ist bei uns Christen nicht so man ist nicht Christ weil Vater und oder Mutter Christin Christ war Christ wird man durch eigenes Bekenntnis und wenn ich dieses Bekenntnis abgelegt habe dann kann ich durch Taufe in die Familie der Christen in die Gemeinschaft der Christen eingegliedert werden vielleicht sind die jetzt ein bisschen zusammengezuckt weil ja die Kindertaufe dieses Bekenntnis zwar voraussetzt aber von einem Neugetauften gar nicht erbracht werden kann ich ich selber war drei wochen alt als meine Eltern mich taufen ließen ich bin ihnen wirklich nicht böse deswegen sogar dankbar ich war dabei es gibt Fotos davon aber ich habe nicht ja dazu sagen können ich habe dieses Jahr nachgeholt bei meiner Firmung da habe ich dieses Jahr selber sprechen können aber erst dann bei einer Erwachsenentaufe bleiben aber und ab vollendung des 14. Lebensjahres ist dass eine Erwachsenentaufe bleiben Taufe und Firmung Bekenntnis aus freien Stücken ablehnen kann ist übrigens ein Problem das die Kindertaufe faktisch mit sich bringt bei allem Erlösungs und Gnadenwillen stellen wir den mal beiseite rein biblisch gesehen ist die Kindertaufe bestenfalls ein Ausnahmefall eigentlich nicht erwünscht weil das Bekenntnis zum Christentum ein freies Bekenntnis voraussetzt das ich als Mensch individuell ablege das Glaubensbekenntnis heißt Credo in Unum Erste Person Singular ich muss es bekennen das kann ich als Säugling nicht die frühe Kirche hat deshalb gar keine Kinder getauft das ist also der große Unterschied auf den das Johannes Evangelium in seinem Prolog hier eben rekurriert also allen aber die ihn aufnahmen gab er Macht Kinder Gottes zu werden allen die an seinen Namen glauben ich werde durch mein Bekenntnis zum Glauben an Jesus dem vom Kreuzestod auferstandenen eingegliedert in diese große Familie der Kinder Gottes und das hat eben nichts mit Abstammung aus dem Blut nichts mit Abstammung aus dem Willen des Fleisches also mit einem vorgegeben Geschlechtsakt der meine Religion quasi vorbestimmt nicht aus dem Willen des Mannes sondern aus Gott geboren sind es findet eine Neugeburt eine Wiedergeburt statt und so wird die Taufe bis heute faktisch rituell auch vollzogen dass dieses Untertauchen unter Wasser das Herausreben auf der Taufe eine Wiedergeburt ein Neugeboren werden darstellt jetzt haben wir aber wesentliche Linien gelegt wir hatten den Logos wir hatten die Wahrheit wir hatten Phos das Licht wir hatten das Leben Zoe wir hatten Sargs das Fleisch und jetzt kulminiert das Ganze in einem Satz den ich für mich zu einem der wichtigsten und schönsten der gesamten Heiligen Schriftzähne und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit geschaut die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater voll Gnade und Wahrheit und das Wort ist Fleisch geworden auf Griechisch Logos das Abstrakte das Schaffende das Göttliche wird Sargs Sie erinnern sich an den Beginn unserer Glaubensinformationen wo ich den Unterschied zwischen Soma und Sargs erklärt habe er verleibt dich nicht nur irgendwie er materialisiert sich nicht nur irgendwie er nimmt nicht nur irgendwie Gestalt an er wird Sargs Fleisch Materie krasser Gegensatz der göttliche Sologos verfleischlicht sich er verfleischlicht sich er wird Teil unserer Wirklichkeit da ist kein Platz mehr für falsche Symboliken nicht im Johannes Prolog der ist so konkret dass man diese Inkarnation mit Händen greifen kann und das ganze 225 Jahre vor dem Konzil von Nicea wird diese Fleischwerdung des Wortes Gottes des göttlichen Logos ins Wort gebracht das Konzil von Nicea wird dann von wahrem Gott und wahrer Mensch sprechen das Verhältnis wir halten sich Menschlichkeit und göttlich zuseinander ist bis heute offen ob der Logos der Logos wird wissen was er da tat ob die fleischliche Existenz des Logos wusste dass sie den Logos in sich trägt oder nicht im Sinne von klassischem Bewusstsein darüber kann man streiten bis zum geht nicht mehr aber es wird hier ganz klipp und klar festgelegt das nenne ich Ihnen den Text nochmal ein weil jetzt tatsächlich in der Übersetzung es schwierig wird und hat unter uns gewohnt und da lese ich Ihnen auch gerne mal den griechischen Text vor also nach dem Kai Logos Sarx Egeneto da steckt dann auch Logos und Sarx im griechischen Text sogar direkt nebeneinander die beiden Worte küssen sich quasi Kai Eskenosen Enhemin Eskenosen wird hier übersetzt mit und hat gewohnt da schreckt aber das Wörtchen Skene drin und Skene ist im Griechischen das Zelt man müsste also wörtlich setzen und hat unter uns gezeltet im griechischen wird da eine Assoziation aufgemacht die man nicht unterschätzen kann die wir im Deutschen kaum nachbilden können obwohl uns gleich ein weiterer Hinweis gegeben wird worum es eigentlich geht denn im alten Testament lesen wir in der Geschichte Davids dass David nachdem er die Stadt Jerusalem erobert hat Gott einen Tempel bauen möchte Gott darf diesen Tempel nicht bauen er wird zurückgewiesen von Gott Gott mahnt ihn in einem Zelt habe ich unter ihm gewohnt denn nachdem Gott mit dem Mose ein Bund geschlossen hat die beiden Steintafeln mit den Zehn geboten in der Bundeslade aufbewahrt und mitgeführt wurden während der Wüstenwanderung lagerte das Volk in der Wüste um das Bundeszelt herum das war der Vorläufer des Tempels mit schon den wesentlichen Gegenständen die auch hinter dem Tempel entsprechend Rolle spielen werden Gott wohnt in einem Zelt mitten unter seinem Volk und die Assoziation dass Gott in einem Zelt wohnt aktiviert Johannes hier in seinem Prolog zumindest im Griechischen Text im Deutschen müsste man wie gesagt wörtlich übersetzen ist aber natürlich unelegant für unsere Ohren und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gezeltet verbinden wir aber natürlich eher Camping mit als das was gemeint ist auch wenn der Text jetzt weitergeht und wir haben seine Herrlichkeit geschaut Herrlichkeit ist im Griechischen das Wort Doxa respiriert aber auf das hebräische Schechina und diese Schechina die Herrlichkeit wohnte eben im Allerheiligsten des Tempels eben auch im Zelt im Bundeszelt Gottes Herrlichkeit wohnt im Tempel respektive im Bundeszelt wir hören das oft im Alten Testament wenn Gott in Konflikt mit seinem Volk gerät besser das Volk nicht gehorsam ist in Konflikt mit Gott gerät dann erhebt sich die Herrlichkeit Gottes und entfernt sich vom Zieren auf den Nachbarhügel symbolisch der Ölberg im griechischen Original des Johannes Prologes wird also hier ein riesen Fass aufgemacht assoziativer Art dass wir hier in unseren deutschen Übersetzungen gar nicht recht nachbilden können und dass wir umso weniger verstehen je weniger Bezüge wir zum Alten Testament kennen wer auch immer in der Kirchengeschichte behauptet hat vom antiken Makion angefangen bis zum modernen Nordkostlenska in Berlin ein evangelischer Theologe all die jenigen auch Adolf Hanak und so weiter die das alte Testament als minderwertig abstufen wollen kommen hier spätestens an die Grenzen weil die diesen Satz gar nicht verstehen können wenn sie das Wissen des alten Testament nicht haben hier wird eine Kontinuität sprachlich im griechischen hergestellt die man gar nicht unterschätzen kann hier entsteht keine neue Religion hier wird die Verheißung des jüdischen Volkes weitergeführt Jesus ist es der in Johannes 4 22 folgendes sagt ihr betet an was ihr nicht kennt wir beten an was wir kennen denn das Heil kommt von den Juden das Heil kommt von den Juden sagt Johannes der sonst für seinen Anti-Judaismus bekannt ist hier ist das große Korrektiv können wir uns alle hinter die Ohren schreiben Anti-Judaismus Antisemitismus jedwede Art ist nicht nur unbiblisch unneutestamentlich er gehört sich für jeden aufrechten Christen für jede aufrechte Christin nicht aus dem Munde Jesu hören wir das Heil kommt von den Juden und das fleisch gewordene Wort wohnt als Bundeszelt unter den Menschen kehren wir zurück zum Johannes Prolog Vers 14 da waren wir hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit geschaut die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater voll Gnade und Wahrheit der Name Jesus wird immer noch nicht genannt aber hier in Vers 14 gewissermaßen dem verdichteten Höhepunkt des ganzen bisherigen Prologes mit der Fleischwerdung des Wortes dem Einwohnen dem Einzelten der Herrlichkeit in dieser Welt wird definiert wird klargestellt wer ist denn eigentlich dieser Logos es ist nämlich der einzige Sohn vom Vater in unserem Glaubensverkenntnis haben wir auch eine Assoziation wir glauben an den eingeborenen Sohn wörtlich der einzig geborene Sohn gezeugt nicht geschaffen da haben wir es in unserem großen Glaubensverkenntnis entsprechend drin und natürlich ist spätestens jetzt als Glaubende haben sie es vorher schon geahnt worum es geht natürlich spätestens jetzt ist klar es ist der Sohn vom Vater es handelt sich um Jesus Christus jetzt kommt nochmal Johannes in den Blick Johannes legt Zeugnis für ihn ab und interessanterweise verändert der Text jetzt seinen Duktus bisher war es tatsächlich ein Gedicht mit Strophen mit einer gewissen Rhythmik die man selbst in der deutschen Sprache spürt in der deutschen Einheitsübersetzung spürt jetzt verändert der Text ein wenig seine Charakteristik Johannes legt Zeugnis für ihn ab und ruft dieser war es über den ich gesagt habe er der nach mir kommt ist mir voraus weil er vor mir war aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade über Gnade denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben und die Gnade und die Wahrheit aber kamen durch Jesus Christus der hymnische Charakter ist jetzt ein bisschen in den Hintergrund getreten das ist jetzt deutlich narrativer geprägt Johannes wird noch mal als Vorläufer markiert der jetzt gleich noch mal als erzählerisch zu Wort kommen wird in der Weiterführung nach dem Johannes Prolog und jetzt wird aber hier schon mal die Botschaft des Johannes auch noch mal zusammengefasst denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade über Gnade und jetzt wird noch mal das Verhältnis zwischen der mosaischen Tradition und der neuen Tradition die in Jesus Christus seinen Anfang geklärt das Gesetz der Nomos die Tora das ist ein Problem weil Tora eigentlich nicht gesetzt heißt sondern Weisung Simchat Tora ist die Freude über die Weisung des Herrn ein Fest das die Juden jährlich feiern und das letzte Fest Simchat Tora war der 7. Oktober mit dem furchtbaren Anschlag die Hamas hat nicht umsonst dieses Datum ausgesucht wo die Juden die Freude über die Weisung feiern die Jugendlichen die da auf dem Supernova Festival dieses Fest gefeiert haben die Freude über die Weisung die furchtbar abgeschlachtet wurden auch das ist eine Perfidie die die Hamas begangen hat die man gar nicht unterschätzen kann über alle Grausamkeit die sie begangen hat hinaus das Neue Testament übersetzt Tora immer mit Nomos und das wird mit Gesetz übersetzt führt auch zu Missverständen aber es ist jetzt so wie es ist denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben die Tora die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus interessant ist dass auch Paulus sich mit dem Verhältnis Evangelium und Tora befassen muss er schreibt im zweiten Korintherbrief das alte ist vergangen siehe neues ist geworden daraus wird ja oft das ist nicht das was Paulus meinte so beiseite stellen nein Johannes etwa gibt uns ausgerechnet wieder Johannes einen anderen Hinweis das Gesetz wurde durch Mose gegeben damit fing es an und jetzt kommen durch Jesus Christus hier endlich wird der Name auch erwähnt über den es geht Gnade und Wahrheit hinzu es kommt etwas hinzu es wird nichts weggenommen es kommt etwas hinzu Jesus wird sagen kein Jota des Gesetzes wird vergehen das bleibt jetzt aber kommen Gnade und Wahrheit hinzu auch das ist eine wichtige Information die Johannes hier gibt und dann schließt dieser großartige Prolog niemand hat Gott je gesehen der Einzige der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht er hat Kunde gebracht Jesus Christus der Sohn Gottes kommt von Gott er ist der göttliche Logos der immer schon bei Gott war der Gott war Nizea wird sagen wahrer Gott und wahrer Mensch der hat Kunde gebracht das zweite Vatikanische Konzil wird sagen in Jesus ist die Selbst Offenbarung Gottes gegenwärtig Gott spricht durch Jesus zu uns er bringt Kunde vom Himmel ja wer gläubig ist wird nicht von diesem Jesus lassen können weil er uns eine neue Erkenntnis gibt die das rein agnostische Betrachten der Welt das rein naturwissenschaftliche Betrachten der Welt das ich total wichtig finde ich bin von meiner Herkunft eher Naturwissenschaftler aber es gab in meiner Vita einen entsprechenden Punkt als meine Lehrer Physik Chemie und Mathe die entscheidende Frage nicht beantworten konnten wo kommt denn alles her die konnten immer nur beschreiben ich sag bis zum Urknall ein bisschen vereinfacht ausgedrückt ist etwas komplexer aber ein bisschen einfacher ausgedrückt mich beschäftigte aber die Frage hinter der Physik die metaphysische Frage wo kommt es her und da sind sie bei Philosophie und Theologie die Welt hält viele Antworten darauf befreit viele Religionen geben eine Antwort auf diese Frage wo kommt denn alles her für mich als Christen ist natürlich die Wahrheit in Jesus Christus maßgebend warum die Basis unseres Glaubens ist wie Paulus es im ersten Korintherbrief ausdrückt Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi im ersten Korintherbrief Kapitel 15 Vers 14 und 17 sagt er ich paraphrasiere wäre er nicht am Kreuz gestorben und nicht von den Toten auferstanden unser Glaube wäre umsonst und die ganze Verkündigung sinnlos Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi sind die Basis unseres Glaubens im Unterschied zu anderen Religionen ist der Kreuzestod aber ein historisch nachweisbares Faktum das können wir nicht glauben das können wir wissen die Auferstehung ist schon ein Bekenntnisakt der auf dem Zeugnis authentischer Zeugen beruht Paulus spricht davon in 1 Korinther 15 die Verse 3 bis 8 darauf kann ich mich einlassen und dann eröffnet sich für mich ein Erkenntnis Horizont Erkenntnis im Sinne von Logos der das rein irdische Betrachten der Dinge bei Weitem übersteigt stellen wir uns die Frage oder den auch so ein Kalenderspruch den man heute hört Glaube ist nicht Wissen stimmt und die meisten zucken dann zusammen und meinen das wäre defizitär für mich ist das nicht defizitär natürlich kann der Christ alles wissen was gewusst werden kann natürlich ist doch logisch was denn sonst aber der Glaube eröffnet uns eine zusätzliche Erkenntnismöglichkeit durch die wir in die Wirklichkeit hinter die Wirklichkeit schauen können weil Gott sie uns in Jesus Christus gezeigt und offenbart hat es gibt mehr zwischen Himmel und Erde als Augen Nase Mund Ohren und Hände erfassen können Glaube ist nicht Wissen stimmt Glaube ist mehr als Wissen Sie sehen wie dieser alte Text des Johannes Prologes so entstanden um das Jahr 100 alle Achtung auch heute noch verdient die Menschen waren vor 2000 Jahren nicht dümmere als wir sie hatten vielleicht keine Computer sie hatten Gott sei Dank keine Handys sie mussten auch mit dem Kopf denken und kommen zu solchen Texten die uns heute noch herausfordern können solche Texte die unsere Wirklichkeit heute noch inspirieren deuten und erklären können was für ein Segen dass wir diesen Johannes hatten der uns einen solchen Prolog geschenkt hat und wenn sie jetzt Lust haben das Johannes Evangelium in Gänze zu lesen tun sie es würde mich freuen es lohnt sich ich hoffe diese erste Glaubensinformation in der neuen Saison hat ihnen gefallen wie gesagt schreiben sie mir gerne eine E-Mail an info.at katholische-citykirche-buppertal.de wenn sie Feedback Anregungen, Fragen oder Themenwünsche haben die ich vielleicht irgendwann mal hier berücksichtigen kann tun sie das gerne wenn sie wollen sind sie sehr herzlich in zwei Wochen wieder willkommen am 4.9. im Jahr des Herrn 2024 dann lautet das Thema Glaube, Wissen, Erkenntnis was bedeutet Offenbarung wir führen also in einer gewissen Weise das fort was wir heute begonnen haben beziehungsweise womit ich abgeschlossen habe bis dahin seien sie mir herzlich gegrüßt bleiben oder werden sie gesund helfen sie anderen gesund zu bleiben oder zu werden in Tagen wie diesen ist es mir ein Herzensanliegen ihnen den Wunsch Shalom al Israel mit auf den Weg zu geben Frieden über Israel in allen da draußen ein herzliches Glück auf Wunsch Jan 1 2 2 3 5 4 5 5 10 10 12